Hallo liebe FCK-Fans, wie ihr unschwer erkennen könnt, verbergen sich in der Türchen Nummer 6 Fabi Schönheim und Flo Dick vom Teammanagement. Wir haben die Ehre, euch heute das Nikolaustürchen präsentieren zu dürfen in Verbindung mit unserem Hauptsponsor Allgäu Latschenkiefer. Deswegen habt ihr auch die Chance, diesen Präsentkorb hier vor mir zu gewinnen, mit vielen tollen Sachen von Allgäu Latschenkiefer drin, unter anderem ein Sitzkissen, eine Trinkflasche, viele Produkte, die sich auch als Weihnachtsgeschenk vielleicht anbieten. Deshalb macht fleißig mit, ich wünsche euch viel Glück. Ja, außerdem könnt ihr heute auch ein komplettes Spieleoutfit gewinnen, bestehend aus Trikot, Stutzen und Hose. Das gibt es sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Insofern seid fleißig dabei und wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück. Außerdem natürlich einen schönen Nikolaustag und frohe Weihnachten. Untertitelung des ZDF, 2020